Hallo, wie Sie sehen, ich bin wieder da. Mit der Sonne des Südens im Herzen werde ich mich jetzt mit dem weniger schönen Wetter beschäftigen müssen, was mein Gemüt angeht. Aber da hilft dann auch die neue Ausgabe der Nachrichten aus dem Kulturzentrum. Starken den Kussnachrichten. Dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Bleiben Sie dran, sehen Sie sich die nächsten Beiträge an. Sie werden viel Freude haben und ich werde mich zum Schluss dann nochmal melden. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Mann, wisst ihr was, hier hat's ja gewaltig gestunken. Hm, aber nicht, dass er denkt, ich will jetzt mit euch über Politik reden. Da stinkt's auch manchmal. Nee, hier im Kulturzentrum. Wisst ihr was, das hat so gestunken, weil mit den Klos, da war irgendwas nicht in Ordnung. Und immer wenn man hier reingekommen ist, puh, Mann, da musste man sich ja vielleicht die Nase zuhalten. Naja, jetzt geht's ja. Jetzt sind nämlich die Bauarbeiten schon vorbei. Und jetzt kann das Programm wieder ganz normal laufen hier. Also, dann guckt doch einfach mal wieder vorbei. Das wartet dann erstmal. Also, bis dann nie. Tschüss, euer Dieter Durchblick. Tschüssi Korski. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen zu den Kussnachrichten im November. Gleichzeitig möchte ich Sie beruhigen. Ich habe ein zweites Hemd. Es gab besorgte Zuschriften, ob ich nur ein Hemd hätte, ein blaues Hawaii-Hemd. Nein, ich habe auch dieses Kleidungsstück extra für Sie. Heute angelegt. Im November geht's los mit einer Reise ins Glück. Simone und der Flotte Dreier ist am 10.11. da. Musik, Schlager, Oldies aus den 50er und 60er Jahren. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Es gibt aber noch einen Ausweg aus den Schulden, der nicht nur darin besteht, keine Karten zu kriegen, sondern auch den Vortrag der AWO zu diesem Thema zu hören. Wie gewohnt, fachlich kompetent. Ein Ausweg aus den Schulden am 17.11. hier bei uns. Ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die AWO schwurft auch mit dem Magier an der Hemmendorgel Michael Honza für 7,50 Euro am Samstag, den 18.11. ab 15 Uhr. Die nächste Frage stellt Donato Plögert. Ist die ganze Welt Banane? Ja oder nein? Der James Bond des Obstfruchthofes am Westhafen, hier mit Banane abgebildet, wird ein Angriff auf ihre Lachmuskeln starten, der sich gewaschen hat. Das war's schon mit November. Ich möchte noch einen kleinen Rückblick wagen auf unser Oktoberfest mit den Berlin Steelers. Eine wunderbare Veranstaltung. Überzeugen Sie sich selbst. Der Clip läuft jetzt. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, Ihr Detlef Kleinow. Herzelein, du musst nicht traurig sein. Wie weißt du bist mit Kerl allein? Und schuld war doch nur der Mann. Ja, Eduardo, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Machen wir so. 2.12.17 Uhr 30. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, großartig ist passiert. Unser wunderbarer Mitarbeiter Inno Arno Bill Jägers hat gerade eben zugesagt für die karibische Weihnacht am 2.12. Eintritt 5 Euro und für Sie jetzt schon die Weihnachtsatmosphäre. Sind Sie mit dabei zur karibischen Weihnacht am 2.12. im Kulturzentrum Starken? Bingelingelingelingelingeling. So, das war die neue Ausgabe der Kussnachrichten aus dem Kulturzentrum. Dieter hatte wieder einen schönen Durchblick und der wird uns auch demnächst wieder begleiten. Und ich möchte zum Schluss wie immer einen kleinen Spruch loswerden, der vielleicht sehr gut in diese Jahreszeit passt. Nämlich, den Frühling habe ich verpasst, im Sommer habe ich keine Zeit gehabt, den Herbst, da habe ich etwas Angst gehabt, vor dem Winter. Und im Winter träume ich von einem schönen Frühling. In diesem Sinne, alles Gute. In diesem Sinne, alles Gute.